Meine Erfahrungen mit dem Parallel-Event in München im Jahre 2013, am 1. Januar 2013, sind durchweg positiv. Ihr habt da zum ersten Mal wirklich das Erlebnis, oder das erleben können, wie nah man eigentlich am Zuschauerrennen fahren kann. Und ich glaube auch, das war von den Zuschauern eine riesige Begeisterung, die sie da erfahren haben. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass ihr alle im Jahre 2015, am 1. Januar, wieder dabei seid und uns wieder die Daumen drückt und wir ähnliche Erfolge abschneiden können wie vor zwei Jahren.